hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde unseres victoria 3 let's plays was geht ja in der letzten folge haben wir ja angefangen krieg zu führen in dieser folge wenn wir diesen krieg beenden da sieht es jetzt mal ein bisschen anders aus aber hier kommen wir gut voran ist doch schon mal nicht schlecht und hier verteidigen wir stabil wunderbar es ist doch toll wenn man dann mit dem krieg fertig sind dann machen wir hoffentlich auch wieder ein bisschen plus ich mein bisschen mit 1,3 millionen in der miese aber unsere investitionsfonds ballern halt immer noch richtig kräftig rein das ist natürlich richtig geil bin ich schon mal gespannt wenn der krieg vorbei ist und wir den spaß hier komplett erobert haben wie es dann aussieht und im moment sind wir auch tatsächlich sehr verschrien wir haben nur den großen vorteil dass die briten verschrieben da sind das ist natürlich für uns was sehr schönes und hier stellt sich mir die frage wie geht es der bevölkerung vor den geht es richtig gut den geht es ja richtig gut unter den briten ja hier wird fleißig verteidigt ebenfalls fleißig verteidigt hier die offensive ist leider ein fehlschlag aber okay wir kommen voran wir haben sie schon ganz schön in die knie gezwungen die sind schon sogar kurz davor um weiß und frieden theoretisch zu akzeptieren aber natürlich werden wir das nicht machen wir werden uns mehr land snacken 40.000 truppen naja selbst die eine armee ist schon drüber das sollten wir eigentlich gewinnen ja okay mit so einer offensiv nicht sehr schön zwei stücke auf defensiv ja da schmilzt es halt echt weg es ist halt schade dass hier jetzt wieder auf null gesetzt ist vom prinzip her aber gut die rasieren halt komplett junge junge und wir kommen sogar so schon fast in den positiven bereich nice naja die holzproduktion ist jetzt halt gerade wieder mit reinlaufen und holz als rohstoff halt sehr wichtig ist auf jeden fall merklich knappe niederlage aber hier ein richtig krasser sieg so hier müssen wir vorankommen da rein aber die zinsen fressen uns gerade auf ja hätten wir keine zinsen würden wir schon plus machen schwierig schwierig aus dubai und chancen sie brauchen auf jeden fall eine eisenbahn erinnern wird eine gebaut ja schon brauchen aber eine woanders und hier kriegen wir jetzt wieder zurückgeschlagen dafür läuft es und gerade sagen da ganz gut in der defensive läuft alles wunderbar schwierig die offensive ist nicht so der burner du verteidigst mal wieder nur wir müssen die mannstärke relativ hoch halten die sollen sich schön aufreiben schwierig äußerst schwierig naja jetzt kauf mal halt bei den Briten ein österreich ungarn garantiert unsere unabhängigkeit wie geil ist denn das bitteschön ja wenn das so ist wollt ihr dann nicht vielleicht noch mehr freundschaft irgendwas schönes so keine ahnung geben wir noch einen handelsvertrag und verteidigungspakt oben drauf und danach noch eine botschaft nennen sie mal even das ist sehr gut unsere unabhängigkeit wird garantiert von italien und österreich ungarn ist das nicht geil das sind nicht mal eine entschiedene verteidigung ja wir lassen jetzt mal unsere truppstärke hier erstmal wieder ein bisschen wachsen 30k alleine in der armee 40k hier unten wird wieder schön gepusht die front hier die bricht auch gut ein er wird es schaffen da drüber reinzukommen wäre natürlich bombastisch und ich meine die verteidigenden armeen die werden auf jeden fall auch immer kleiner das ja äußerst gut für uns ist und wenn die 86er stark bleibt let's go weil die bringt uns den den push gucken wir doch mal auf unsere zukünftigen länder rein opium ist halt crazy schwefel er ist so infrastrukturelle gebäude gibt es ja einige das ist schon schon nicht schlecht auch seite und so hm hm hausektoren das wird dann natürlich ein fragezeichen meinerseits wie es denn hier aussehen wird aber ok naja also das hm oh endlich mal ein bisschen progress naja die sind kurz davor jetzt schon zu sagen so aber ich nehme das in kauf ich renne da jetzt durch ich mache hier jetzt druck wenn wir den spaß hier eingenommen haben dann haben wir die tür die tür eingetreten dann sollten wir auf jeden fall richtig progress machen und vor allem wenn wir die leute haben dann sind wir auch militärisch wieder richtig dick und da die ganze staat nicht inkorporiert sind steigen wir hier weiter und jetzt mit den öffentlichen schulen ich muss dann gucken was wir in bürokratie noch so übrig haben was sonst die institutionen kosten und sowas und dann gehen wir auch da drauf oh italien stimmt interaktion das geht nur noch nicht botschaft wäre bei minus 126 wir machen mal weiter wir führen das weiter dann haben wir drei großmächte die mit uns richtig gut sind das wäre auf jeden fall mal so ein super szenario und dann kriegen wir hier vielleicht den spaß auch noch hin ja das ist wirklich das oberste ziel ne china bin ich ehrlich ich bezweifle dass wir es bis zum ende des spiels schaffen alles einzunehmen wenn man großbritannien mit mischt das wird dann glaube ich eher schwierig aber mal gucken ich weiß ja nicht was jetzt alles noch so passiert dadurch dass wir nur peking als inkorporierten staat haben können wir hier halt pushen wie bescheuert da mega viel rein knallen und hier außen werden ressourcen produziert wird die bevölkerung erhöht wird nach alles mögliche und wir haben es geschafft ein bisschen gestiegen sind wir wir hatten vorher 8,8 jetzt haben wir 8,9 und hungernd ist bei 4,3 ich glaube das war bei 3,9 unten also die ganzen das ist immer noch viel zu wenig allein der pop verbrauch liegt bei 9,6 k allein den müsste ich ja decken und nice noch ein fortschritt na hier werden jetzt wieder truppen gesammelt aber wir werden weiter voran pushen und gesetzthütter ist auf stuhl 5 das ist auch schon mal sehr nice dadurch gehen radikale zurück dadurch geht unsere baueffizienz wieder ein bisschen nach oben oha 124 truppen da haben sie jetzt aber richtig rein gekesselt der ist echt ein guter nachschub beschaffungsexperte jawoll der sieger der ist derjenige der uns hier zum sieg führen wird ok es ist so krank 8k zinsen aber ich hoffe einfach drauf dass wenn wir die ländereien eingenommen haben dass wir ein gut stehendes income haben ich meine unser bipp wird sich wahrscheinlich verdoppeln einfach wie die sierung steigt derzeit viel schneller durch die öffentlichen schulen das ist gut und ich glaube dadurch steigt auch der lebensstandard relativ erheblich bevölkerung kann ruhig noch ein bisschen runter gehen da habe ich keinen stress mit jetzt müsste die linie sich verschieben ja nice jetzt herrede 124 gegen 73 alter einfach Einfach die Massen dagegen schmeißen. Straightforward. Ah ja, dann geht es halt da rund, ey. Finde ich gut. Es muss vorangehen. Wir haben gar keine andere Wahl. Und ich bin auch tatsächlich so ein bisschen gerade dazu verleitet, auf Stufe 5 zu machen. Einfach weil es halt doch ein bisschen zügiger ist. Und ich meine, wir müssen ja hier mal ein bisschen Progress sehen. Gerade im Krieg. Ja, die schmelzen einfach weg. Ja, jetzt kommt er hier mit einem Friedensvertrag, aber keine Chance. Jetzt könnt ihr ja mal sowas von vergessen. Weil ich habe jetzt nämlich hier die Advantage. Ei, ei, ei. Ne, 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 ne. Und abgelehnt. Da würdet ihr nicht mal mehr Nein, äh, Ja sagen. Wenn ich West-Hu-Bei wegnehme. Na, ne, dann leck mich doch. Ihr kriegt es jetzt komplett entgegen. Wie geil soll ich eigentlich hier? 31% Ii, ii, ii. Nein, 30,1. Das ist ziemlich stabil. Gleichbleiben scheiße. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist. Aber es ist gleichbleibend scheiße. Und... Große Koalition wurde gebildet. Cool. Jetzt haben die Amis dich auch gegenseitig wahrscheinlich lieb. Können wir nochmal gucken. Oh, nee, noch nicht. Oh, 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 oh. Pause. Ich sehe da was. Ah, okay. Es hat sich stabilisiert. 50er Wert. Okay, okay. Ich habe gerade eben schon kurz ein bisschen Wammel gehabt. Jetzt ist die Frage, wo ist hier der Angriff? Wir machen den Angriff. Alles klar. Dann wird das jetzt weggesnackt. Und die verteidigen. Nur, wenn ich das richtig sehe. Können wir doch eigentlich dem hier jetzt sagen. Jetzt bringst du mal hier die Front voran. Wenn die Armee gerade gesplittet ist, habt ihr ja hier voll den Vorteil. Ja. Und der wird auch fleißig genutzt. Hier wird die Armee komplett zerrieben. Und ihr habt ein relativ leichtes Spiel, weil die sich schlecht getrennt haben. Ich hätte die wenigen dahin gemacht. Aber okay, da hatte ich ja persönlich jetzt auch keinen Einfluss drauf. Gehen wir hier mal runter. Soll die Unterstützung hochgehen. Okay. Die zerdrücken, die hier regelrecht. Nice. Damit ist jetzt der vorletzte Ding. Angriff geplant. Hier wird weiter vorangebracht. Sehr schön. Wenn ich Situan habe, dann sollte das Thema eher durch sein. Gehen wir mal wieder hier auf Fünffach. 1912. Und wir rasten richtig aus. Und wir haben dreimal einvernehmliche Beziehung. Nee, vergiss es. Es gibt kein Frieden zwischen uns. Der Zug ist abgefahren. Ich sage dir. Ich sage dir. Es war gerade richtig dick. Minus war ja Regierungen. Äh, Waren für Militärgebäude richtig nach oben knallt. Aber das ist mir egal. Aber das ist mir egal. Weil ich die Hoffnung habe, dass wir mit den Ländereien hier richtig dickes Plus erwirtschaften werden. Das ist aber wirklich nur eine Hoffnung. Und vor allem auch, dass unsere Lebensstandards weiter hoch gehen. Weil, wie ihr seht, ist hier relativ chillig. Also relativ. Also relativ. In Situan haben wir einen relativ hohen Lebensstandard. Wahrscheinlich, weil... Oha. 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 Das hat reingebaut. Oha. Oha. Damit ist der Krieg auch gleich erledigt, würde ich sagen. Minus 88. Ja. 169 Millionen Bevölkerung. Achtung... 69 Millionen Umsatz. Alter Verwalter. Okay. Jetzt erstmal die ganzen Dinger hier rausschmeißen. So. Jetzt. Wir machen ein extrem hohes Minus. Wegen Regierungsgehälter nehme ich an. Da müssen wir ein wenig gegensteuern. Oha. Das ist jetzt so ein Ding. Da müssen wir tatsächlich Pause drücken. Weil wir sind schon so hart in der Miese. Dass wir da einiges auschecken müssen. Oha. 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 Heidenitzka. Okay. Gehen erstmal auf alle. Backpulver wird wahrscheinlich das geschickteste sein. Jawoll. Fischkonserven eher weniger. Wir gehen auf Fleischkonserven. Dann. Ah. Schwierig. Ah. Wir gehen mit dem. Okay. Nähmaschinen ist beste. Handnäharbeit ist beste. Webmaschinen. Wunderbar. Aua. Mhm. Lusosmöbel. Mhm. In mit Bleiglas. wir gehen mit kristallglas und gehen dann ins knochen porzellan weil das nämlich der weg steht ist steuerwerkzeug können wir nicht machen aber schmiedeeisernes werkzeug die handfertigung ist einiges schon war sprengstoff gehen wir auf den vakuum stahl wahrscheinlich tatsächlich mit dem cement stahl gehen dafür mit wasserrohr kesseln arbeiten dann waffen wenn repetiergewehre gebaut kanonengießereien ihn auf den shit ich habe so ein bammel davor ich glaube nämlich dass wir richtig richtig gelitten haben artoffeln na wir machen obst Leute, das ist jetzt richtig, richtig viel Zeug und ich denke mal, wir kriegen es nicht mal ins Positive Die lasse ich alle außen vor Alles mit Straßenkarren Ist jetzt gerade alles ganz, ganz schwierig Ja, passt schon Alles Marktstände Alles Gaslaternen Ah, schwierig Ja, kein Nahverkehr Unabhängige Künstler Achso, jetzt hier Einfache Organisation Jetzt haben wir nämlich so einen Arsch vor Regierungsverwaltung, dass wir das so nutzen müssen Das ist absolut crazy Das macht den größten Batzen aus Hier gehen wir komplett aufs Seegemühlen Dampfschlepper wäre jetzt natürlich was Schönes Aber können wir nicht Reine Hartholzproduktion wäre dumm, aber Das gibt ein allgemeines Ding Und das gibt ein allgemeines Ding Bankenviertel Börsennotire Okay, kannst ja total vergessen Zumindest im Moment noch Und hier bitte Der Gusseisenbau für alles Ja Da wir jetzt im Moment gerade aber nichts großartig bauen Dem können wir noch So Und jetzt können wir auf Weiter drücken Einmal kurz einpendeln lassen Und dann sehen wir Ein BIP von 63,5 Millionen 45,7% Belesenheit Das ist so crazy Dieses geisteskrank Belesen Mitteleck Peking wird jetzt richtig, richtig durchknallen Okay, die Standards des Lebens Sind ein bisschen abgeflacht Hier ist Scheiße Ja, Radikale ist crazy Und Verschrienheit Wollen wir nicht drüber reden Aber Festigetechnisch Stehen wir jetzt mit 365 Einfluss ist gerade bei minus 12% Okay, weil wir drüber sind Ja, IC, 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 IC Ich weiß auch, wo da die Problematik liegt Ähm Da brauchen wir eigentlich nicht rangehen Na, hier ist das Thema durch Da ist das Thema auch durch Das heißt, wir haben noch einen für Europa offen Und den würde ich tatsächlich Am ehesten Hm In Italien sehen Weil da auch Österreich mit dran hängt Und dadurch haben wir mit denen eine bessere Connection So Okay Wir erwirtschaften jetzt Geld Wir werden schlauer Unser Lebensstandard steigt gerade rapide Weil wir jetzt einen Haufen Ähm Seht euch das an Er ist überall ziemlich hell Das ist sehr gut Weil das heißt nämlich letztend Alter Verwalter Das heißt nämlich letzten Endes Dass wir da jetzt noch einen Schritt nach oben machen Und vielleicht kriegen wir es hin Hier noch besser zu werden In die besten 40 zu kommen Wird zwar schweineschwer Aber wenn wir das hinkriegen Wäre auf jeden Fall nice Unsere Alphabetisierung steigt halt jetzt wie bekloppt Wenn wir es schaffen, das hier hin zu pumpen Dann können wir vielleicht auch anfangen Andere Staaten zu inkorporieren Und eben da dieselbe Kampagne zu fahren wie hier Mit straßenerhalt sozialer Durchlässigkeit Und vielleicht noch eine Notsozialhilfe zwischendurch Aber da sind wir mal noch relativ offen Würde ich mal sagen Da lassen wir lieber noch ein bisschen Luft Äh ja Dann Sehen wir das hier eigentlich alles so weit Konstruci ist Wir haben jetzt echt schon relativ viel Land wieder erlangt Und ja Das hier unten wird wahrscheinlich niemals wieder uns gehören Aber Shandong Da sehe ich uns Zibai Da sehe ich uns auch Und wir sind BIP-Technisch jetzt wieder auf der Platz 7 Ziemlich direkt hinter Frankreich Mit 30 Millionen Unterschied Ziemlich direkt Und wir haben jetzt noch eine neue Regierung Eine neue Partei in der Regierung Das ist natürlich interessant Das wäre die offizielle Die nehmen wir doch jetzt mal Die Wahlen sind jetzt mal so aufgestellt Die verlieren Stimmen Die Freihandelspartei Wird auf jeden Fall Werden das zubekommen Wäre auch schlecht wenn nicht Und ich bin gespannt Wie es letzten Endes dann aussehen wird Wir machen jetzt nur noch ein ganz leichtes Plus Warum auch immer Aber wir bauen jetzt halt im Hintergrund Wenn ihr euch das reinzieht Investitionsfonds Minus 111K Wenn wir jetzt anfangen zu bauen Dann bricht uns das glaube ich komplett das Rückgrat Deswegen ist es geil Dass die Investitionsfonds noch so aufgeladen sind Dass wir damit noch theoretisch bis zum Spielende weiterbauen können So kriegen wir hier auf jeden Fall Vielleicht noch ein Plus hin So halt nicht Naja An dieser Stelle Ich drücke mal Pause Und Vielen vielen lieben Dank Leute Dass ihr eingeschaltet habt Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch auf jeden Fall ein Like da Lasst auf jeden Fall ein Abo da Und dann würde ich sagen Sehen wir uns einfach das nächste Mal Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag Haut rein Und See ya Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017